Die Weihnachtsmaus Die Weihnachtsmaus ist sonderbar, sogar für die Gelehrten, denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen oder Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Netz gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage, doch plötzlich aus dem Loch heraus kriecht sie am Feiertage, zum Beispiel war vom Festgebäck das Muttergut verborgen, auf einmal das Beste weg und just am Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rundheraus, ich habe es nicht genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand sogar das Marzipan von Peter, was seltsam und erstaunlich war, denn niemand fand es später. Der Christian rief rundheraus, ich habe es nicht genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugeln hingen. Ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst anderen leckeren Dingen. Die Nelly sagte rundheraus, ich habe es nicht genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Und Ernst und Hans und der Papa, die riefen, welche Plage, die böse Maus ist wieder da und just am Feiertage. Nur Mutter sprach kein Klagewort. Sie sagte unumwunden, sind erst die Süßigkeiten fort, bleibt auch die Maus verschwunden. Und wirklich wahr, die Maus blieb weg, sobald der Baum geleert war, sobald das letzte Festgebäck gegessen und verzehrt war. Sagt jemand nun bei ihm zu Hause, bei Fränzchen oder Lieschen, da gäbe es keine Weihnachtsmaus, da zweifle ich ein bisschen. Noch sage ich nichts, was jemand kränkt, das könnte euch so passen. Was man von Weihnachtsmäusen denkt, bleibt jedem überlassen. So, ha, die böse Weihnachtsmäuse. Ich weiß, wie die Weihnachtsmäuse alle heißen. Sie heißen Tobi, Daria, Polkas, Yaron, Theo, Sey, Mahi und wie sie alle heißen. Applaus Hey, ein Freund, ja, ein neuer Freund. Das ist, glaube ich, ein Mädchen. Nein, das hat Junge. Was? Ich sehe es nicht. Es gibt auch noch Seelen. Das hat Junge, das Faultier. Das ist noch nicht. Wir haben eine Fleischine oder sowas. Ach, du grüne Neure. 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 confirmaß dich.